Zahnseide putzen ist extrem wichtig. Zahnärzte empfehlen dringend, mindestens einmal am Tag Zahnseide zu verwenden, aber die meisten Menschen tun es nicht, weil es kompliziert und zeitaufwendig ist. Und es ist spät am Abend und man ist müde. Aber wir haben dieses Problem jetzt gelöst. Jetzt können Sie alle Zähne auf einmal in nur wenigen Sekunden putzen. Und es ist so einfach, wie in einen Apfel zu beißen. Zahnseide benutzen macht jetzt mit dem Bliss Flosser richtig Spaß. Der Flosser ist auf Ihre Zähne maßgeschneidert. Er verwendet eine spezielle, waschbare und wiederverwendbare Zahnseide. Sie beißen in die Zahnseide, beißen und malen leicht und ahmen so perfekt die empfohlenen Bewegungen fürs Zahnseidereinigen nach. Mit dem Blitzflosser macht das tägliche Zahnseide putzen richtig Spaß. Die Multi-Zahnseide passt sich perfekt an Ihre Zähne an. Alles, was wir brauchen, um Ihren Flosser maßzufertigen, sind zwei Fotos von Abdrücken, die Sie sogar ganz einfach sofort zu Hause erstellen können. Mit den Fotos ermitteln wir die genauen Positionen Ihrer Zahnzwischenräume und fertigen Ihren individuellen Flosser damit an. Ihr persönlich maßgeschneiderter Flosser hält ewig. Der Zahnseidefaden hält etwa zwei Monate und ist danach leicht auszutauschen. Das uralte Zahnseideproblem ist somit gelöst. Einfach unter fließendem Wasser abspülen. Zahnseide putzen leicht gemacht.